Dieses sehr bildmalerische Wort beschreibt letztlich eine Situation, in der es unglaublich ruhig ist. Oft angewendet auf Gespräche, wenn man jemanden konfrontiert mit etwas und er keine Antwort gibt. Dann kann man sagen, dass im Raum Grabesstille herrscht, um zu verdeutlichen, wie beeindruckend ruhig es ist. So ruhig wie in einem Grab, wo nun wirklich nichts mehr zu hören ist. Die Grabesstille, Grabesstille, Grabesstille. Dies ist ein Wort, dies ist das Wort für ein Vieleck. In dem Wort steckt die griechische Zahl 8. Damit